UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Unablässig zieht die Landschaft hinter den Scheiben vorüber. Im rhythmischen Staccato der Räder auf den Schienen fährt der Zug immer weiter Richtung Osten. UNTERTITELUNG Die berühmt-berüchtigte Transsibirische Eisenbahn durchquert Russland von Moskau bis nach Wladivostok. In den Versen des in der Schweiz geborenen Schriftstellers und Weltenbummlers Blaise Sondrar wird sie zu einem bis dahin unbekannten poetischen Raum. Sein Gedicht, die Prosa von der Transsibirischen Eisenbahn und der kleinen Jeanne von Frankreich, ist die Geschichte eines jungen Dichters, der in Begleitung eines Freudenmädchens vom Montmartre eine Zugreise unternimmt. Eine Irrfahrt, die zwischen Erinnerung und Traum schwankt. Der 1913 veröffentlichte Text mit Illustrationen von Sonia Delaunay bezieht sich auf eine Reise, die den Schriftsteller acht Jahre zuvor durch Russland geführt hat. Damals heißt er noch Frédéric-Louis Soseur und ist gerade mal 17 Jahre alt. Seine Eltern sind mit den Leistungen ihres Sohnes an der Handelsschule in Neuenburg unzufrieden und schicken ihn zu einem Schweizer Uhrmacher in Russland in die Lehre. Auf diese Weise entdeckt der junge Mann Moskau. Ich war in Moskau, in der Stadt der 1003 Kirchtürme und sieben Bahnhöfe. Und ich konnte nicht genug bekommen von sieben Bahnhöfen und 1003 Kirchtürmen. Denn meine Jugend war damals so leidenschaftlich und so verrückt, dass mein Herz brannte wie der Tempel von Ephesos oder wie der Rote Platz in Moskau bei Sonnenuntergang. Der junge Dichter muss auf dem Weg zum Uhrmacher oft am Roten Platz entlanggegangen sein. Und dabei hat er Eindrücke gesammelt, die später in seine Prosa von der transsibirischen Eisenbahn eingeflossen sind. Moskau war der Ausgangspunkt seiner Reise. Hier hat sich Blaise Sondrach zum ersten Mal verliebt. In der Tat lernt Sondrach während seines etwas über zwei Jahre langen Aufenthalts in Russland eine junge Frau namens Hélène kennen und lieben. Weil er in die Schweiz zurückgekehrt ist, haben sich ihre Wege getrennt. Trotzdem schreibt er ihr zärtliche Liebesbriefe. Aber dann erfährt er, dass sie durch einen Unfall mit einer Öllampe bei lebendigem Bleibe verbrannt ist. Diese erste Liebe wird für ihn zu einer Art literarischem Ausgangspunkt. In seinem Werk finden sich verschiedene Anklänge an diese tragische Geschichte. Blaise Sondrach, Bräse et Sondre, Glut und Asche. Das Pseudonym des Dichters bezieht sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf den Tod seiner Geliebten. Hinter den hohen Mauern des Kreml befindet sich der Kathedralenplatz. Er ist umgeben von den Palästen und Kirchen der ehemaligen Zarenresidenz. Sondrachs alter Ego, der Held aus, Prosa von der Transsibirischen Eisenbahn, ist fasziniert von dieser Stadt. Ihre Architektur ist so ganz anders als die der Schweiz. Sondrach verwendet eine gastronomische Metapher, um den Kreml zu beschreiben. Es ist anzunehmen, dass der junge Bursche im damaligen Russland Hunger gelitten hat. Der Kreml glich einer riesigen Tartarentorte mit knusprigem Goldüberzug. Kathedralen mit großen, schneeweißen Mandeln und dem honigfarbenen Gold der Kuppel. Ein alter Mönch las mir die Legende von Novgorod vor. Blaise Sondrach greift hier einen kulturellen Mythos auf, den er auf sich bezieht. Die Legende von Novgorod, über die er ein eigenes Buch geschrieben hat. Er hat dieses Werk immer als sein Erstlingswerk bezeichnet, aber stets auf unterschiedliche Weise beschrieben. Mal sagte er, es sei in Prosa, manchmal in Versform. Das Einzige, was sich nicht geändert hat, ist, dass es auf schwarzem Papier mit weißer Schrift gedruckt wurde. Der Titel, die Legende von Novgorod, wurde im bibliografischen Verzeichnis manchmal vollständig, manchmal aber auch nur mit den Anfangsbuchstaben LN aufgeführt. Was auf den Namen von Sondrachs erster Liebe, Hélène, verweisen könnte. Sondrach verarbeitet in dem Text die Tragödie und soll das Manuskript an einen russischen Freund geschickt haben. Einen geheimnisvollen R.R., der es ins Russische übersetzt und 1909 veröffentlichen lässt. Doch seitdem kreisen Rätsel um das Werk. Hat es jenseits der lebhaften Vorstellungswelt des Dichters wirklich existiert? Bei Sondrach verwandelt sich der Kreml in einen unwirklichen, aus der Zeit gefallenen Raum. Ich war durstig und habe die Zeichen der Keilschrift entziffert. Dann flogen plötzlich die Tauben der Heiliggeistkirche auf den Platz und auch meine Hände flogen hoch mit dem Geräusch der Albatrosse. Und dies waren die letzten Erinnerungen an den letzten Tag der allerletzten Reise und an das Meer. Warum taucht hier das Meer auf, wenn er den Roten Platz beschreibt? Er wendet das Prinzip der Simultanität an. Der Blickwinkel öffnet sich mehreren Zeiträumen gleichzeitig. Der Dichter sieht alles zur gleichen Zeit. Manchmal gibt es weiße Tauben auf dem Platz, aber dann gibt es diese Zeile und auch meine Hände flogen hoch mit dem Geräusch der Albatrosse. Was hat ein Albatros hier zu suchen? Diesen Vogel hat einst Baudelaire in die Literatur eingeführt. Seine riesigen Flügel hindern ihn am Gehen, schrieb er. Er vergleicht die Figur des Dichters mit jenem Seevogel, der sich wegen seiner langen Flügel an Land schutzlos fühlt. So beeindruckend die Stadt auch ist, Moskau ist für Sondrar nur der Ausgangspunkt seiner Reise. Die Transsibirische Eisenbahn fährt vom Jaroslavl-Bahnhof im Nordosten der Hauptstadt ab. Niemand weiß, ob Sondrar, der sein Leben mit Legenden ausschmückte, den Zug in Russlands fernen Osten jemals bestiegen hat. Aber er ist unbestritten der Erste, der die Transsibirische Eisenbahn literarisch verewigt hat. Eine Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn hat etwas Mythisches. Man erlebt die zwei Gesichter von Russland, das europäische und das asiatische, dringt in unendliche Weiten vor und durchquert dabei Zeitzonen. Dies entspricht tatsächlich jener Idee von Simultanität, alles zur gleichen Zeit sehen zu wollen. Und dieser Hunger nach immer neuen Eindrücken wird in der Transsibirischen Eisenbahn durch die Poesie von Blaise Sondrar verkörpert. An Bord ist der Reisende tagelang von der Außenwelt abgeschnitten und taucht in eine andere Welt ein. Eine melancholische Meditation, die verstärkt wird durch die Monotonie der Landschaft und den Takt des Zuges. Mir scheint, dass diese klangvollen Geräusche des Zuges überall in Sondras Text zu finden sind. Die Momente, in denen er sich liebevoll an Jeanne wendet. All die zärtlichen Worte, die er erfindet, nehmen in dieser poetischen Partitur einen besonderen Platz ein. Und die Menschen, in denen sie existieren. Sie schläft. Der Erzähler Blaise singt hier ein Schlaflied im Rhythmus der ratternden Räder. Mit all den Geräuschen, die darin mitschwingen. Und die Melodie dieses Wienliedes folgt der Zugstrecke. Durch das ganze Gedicht zieht sich ein Refrain. Der einzige Satz, den Jeanne sagt, Blaise, sag, sind wir weit weg von Montmartre? Und dieser Satz ist wie ein Faden, der Sandrard während der gesamten Reise mit Paris verbindet. Paris ist verschwunden und seine riesige Feuersbrunst. Asche legt sich unablässig nieder. Regen fällt. Torf bläht sich auf. Sibirien dreht sich im Kreis. Dicke Schneedecken tauchen auf. Und der bibbernde Wahnsinn zittert wie ein letzter Wunsch im blauen Dunst. Sondra wurde den Symbolisten zugeschrieben. Aber vielleicht ist er eher ein Impressionist. Bei ihm verschwimmt alles ein bisschen. Wie eine vorbeiziehende Landschaft. Vor allem, wenn der Zug schnell genug fährt und sehr nah an den Bäumen oder einem Berg vorbeikommt. Nach mehreren Tagen passiert der Zug den Baikalsee und nähert sich allmählich den östlichen Grenzen des Russischen Reiches. Schmerzhafte Erinnerungen werden im Kopf des Dichters wachgerufen. Sondra nimmt mehrmals auf die Kriegsgräuel von 1905 Bezug, dem Jahr des russisch-japanischen Krieges. Es gab viele Verwundete und Tote. Sondra erwähnt die amputierten Gliedmaßen und vergleicht den Krieg mit einer Runde. Die Dämonen sind entfesselt. Schrottteile. Alles ist schreiende Dissonanz. Das Rattata-Rattata der Räder. Gegenstöße. Wir sind ein Gewitter im Schädel eines Tauben. Schreiender Wahnsinn brüllt in der Lokomotive. Die Zeilen klingen wie eine düstere Vorahnung. Ein Jahr, nachdem er sie verfasst hat, meldet sich Sondra am Anfang des Ersten Weltkriegs freiwillig zur französischen Armee. Er wird schwer verwundet. Sein rechter Arm wird oberhalb des Ellenbogens amputiert. Fortan ist er als der linkshändige Schriftsteller bekannt und hinterlässt zahlreiche Romane, Memoiren, Gedichte und Reiseberichte. Sein Werk über die Eisenbahn jedoch führt den Leser immer wieder auf eine poetische Reise durch die verschneiten Ebenen. Der Zug hatte seine Geschwindigkeit gedrosselt. Und im unablässigen Kreischen der Räder vernahm ich die irren Klänge und das Weinen einer ewigen Liturgie. Die Schriftsteller Die Schriftsteller